Willkommen zurück zu Clash of Clans meine Diebenfreunde. Es gibt immer noch ein bisschen was zu tun. Der Luftfeger muss noch gebaut werden und wir haben ja auch ein paar Sachen die wir zu den anderen Sachen anpassen müssen. Dann haben wir hier noch Sachen. Machen wir den Lakaima. Doppelkanone auch auf 3. Und dann suchen wir mal einen schönen fixen Kampf. Dasud wird so businessesen. Garệu 없어요. Boah! Ja, die laufen gerade alle in ihr Verderben. Und dann da. Wobei, noch mehr als genug Zeit. Perfekt. Ah, Moment, hier habe ich noch gar nichts ausgewählt. Bis zum nächsten Mal und ciao.